Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und tschüss wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir über unser Spielabo erhalten können. Und zwar haben wir hier diesen, ja, Holz dran, würde ich jetzt mal sagen. Der schimpft sich einmal verheißungsvoller Baumwurm und, ähm, oder Wurm, so rum. Und den kriegen wir, wenn wir ein 6-Monats-Abo in WoW abschließen. Ich kann euch das jetzt einmal zeigen. Und zwar haben wir hier den WoW-Shop. Und ihr seht, wir haben einmal hier die Aktion, 6 Monate Abo quasi abschließen. Und dann gibt es im Retail-WoW das Mount. Und im Classic-Bereich gibt es dann das dazugehörige Pad. Ihr könnt es, wenn dann, mit einem 6-Monats-Abo machen. Oder, wie ich das gemacht habe, mit einem 12-Monats-Abo. Da gibt es dann noch einen Haufen andere Mounts dazu. Da habe ich vor einer Weile schon mal ein Video gemacht. Und, ja, wenn ihr quasi ein 12-Monats- oder ein 6-Monats-Abo aktuell laufen habt, kriegt das automatisch als Geschenk in eure Mounts-Sammlung. Das könnt ihr dann noch auspacken, wenn ihr wollt. Und, ja, oder ihr schließt halt ein neues Abo ab. Die Möglichkeiten gibt es. Zusätzlich gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und zwar könnt ihr im WoW-Shop das Ding auch direkt kaufen für 25 Euro. Ich würde euch aber empfehlen, macht das lieber über ein 6-Monats-Abo. Da müsst ihr nämlich nicht nur extra was dazuzahlen. Und habt halt geringere monatliche Kosten im Schnitt. Aber, gut, das muss jeder aber so entscheiden, wie er das gerne möchte. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch das Mount Special an. Moment, gehen wir ein bisschen weiter weg, weil das fliegt ein bisschen hoch. Also, Mount Special fliegt so ein bisschen hoch und dann wieder einmal runter. Sieht ganz nett aus. Und ich muss sagen, so das Mount an sich hat schon was. Also, vor allem hier oben mit dem Geäst schaut schon nicht schlecht aus. Natürlich, wie ihr unten seht, haben wir die Kugeln. Es ist ein Drachenreit-Mount. Also, wir können ganz normal mit dem rumfliegen, wie mit allen anderen Drachenreit-Mounts auch. Juti, das waren die Informationen, die ich euch geben wollte. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und, ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Eutela, bis dahin, ciao.